So ein Maschinchen, so ein dicker, 200 Kilo, dann bin ich mit meiner 104 Kilo hinten drauf. Alter, ist das Handy. Ja, brauchst du schon ein Mädchen, was in so Football spielt oder so, in so einer Oberschenkel, die breit sind wie deine Oberarme. Meinst du jemanden, wie sind die Marzahnen, oder? Genau. Ja, bei der muss ich aufpassen, dass das Motorrad noch sie ist. Das ist voll geil. Alter, ich sehe nichts von den ganzen Lampen. Das haben wir. Musst du Licht anmachen und Nachtvisio aus, äh, Nachtsicht. Ja, klar. So, ah, da sind ein paar Teamkollegen von uns, sind die abgestützt oder wollen die da sein? Stell dir mal vor, es gibt ein Spiel, wo du spielen kannst. Die hole ich jetzt nicht ab. So, schaffen wir's in die Zone? Ja oder nein? Das sehen wir in der nächsten. Huuiuiui. Wenn wir mal drin sind, dann geht's glaub ich. Jawohl, ich glaub, wir sind gleich drin, wir sind gleich drin. Guckuckuckuck. Guckuckuck. 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 Wir sind drin. Okay, ausstecken, ausstecken, ausstecken und nach links weg. Jetzt ausstecken. Guckuckuck. Guckuck. 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 hui drin sind wir erst mal drin sind aber der hat noch nicht gespawnt das heißt aufpassen die ergebung im blickfeld halten jetzt ist er er liegt an der rpg und seine waffe ja, willst du? ne, ich nicht äh, wo gehen wir hin? Frage nach Ziel ja, ist ne gute frage wollen wir versuchen weiter in die zone vorzurücken oder? könnten wir eigentlich machen, ne? dann würde ich sagen wir versuchen vielleicht markieren wir mal was auf der map weil nachts sieht Kavala irgendwie so ganz anders aus, so gefühlt, ne? was los? schaden gekriegt durch diese raketen oder was es da war ok ob ich es mir auch so geben würde, ey, boah wir versuchen mal hier runter, hier in den garden oder hier hin ich habe es markiert auf der map ich habe es markiert auf der map boah, wir kämpfen gerade ok gut, ok dann lass vorrücken go 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 er ist auch mal einer oder? ja, vor uns gerade vor uns ich habe ihn leider näher du hast ihn gesehen ja, ja gesehen habe ich ihn du schau nach rechts und ich bin tot fuck ich gehe rechts ich gehe rechts ah, jetzt habe ich da außen rum habt ihr den da vorne in dem Haus rechts gesehen? fuck ich ich habe ihn angeschossen, ey, what the fuck, ey fuck ich ich bin tot ah shit ok dann da waren zu viele wir waren echt umzingelt, oder? ja, wir müssen echt aufpassen es war rechts und vorne boah, es ist ja auch grad mega schwer, ey wir sollten vielleicht versuchen ich habe sie irgendwie nicht getroffen weil es nicht wieso ich habe die ganze Zeit ins geländer vor dir geschossen, oder so keine ahnung ja, ich glaube auch jetzt bin ich pleite pleite? jetzt schon? ok dann lass ach ok wollen wir den Hammet nehmen? Markus, nimm du den Hammet WTF, guck dir aber die ganzen Leute an! alter ehrlich, jetzt mach nicht auf, mach nicht auf oh, what the fuck wir haben sich nicht einfach so rein teleportieren, oder was? wir haben Zeit, wollen wir uns einfach mal hinsetzen? ja warte mal ähm äh, guys, pliase, äh get in the other chopper pliase thank you guys, it's not your aircraft so, pliase, leave sind sie weg? ne, nicht einer ne, einer ist noch hier ne, einer ist noch hier Kremsi Kremsi Kremsi, pliase, leave ne, einer ist noch hier ne, einer ist noch hier ne, einer ist noch hier könnte sie ausgehen, wir müssen einfach schnell sein 3 2 1 jetzt jo, bin drin ne, ich nicht ne, ich nicht jetzt bin ich drin ja, aber du hast schon Platz hier ja, okay go go na gut, es gibt ja nur, äh, entweder, Kanone, oder des, oder des, also du, einer von euch hätte ja, wegen sein müssen ja okay, lass uns höher fliegen Senderlox, du bist bereit, wa? jo, ich bin bereit meine Taste sitzt auf C deine Taste sitzt auf C mein Ziel ist auf C deine nicht das ist nicht ich will schon was, du weißt, du kannst glaube ich aussuchen ja, ja, ich weiß, ich weiß aber, die nicht wirklich ich will ja mal klicken Klicke extra noch ein bisschen höher, aber ich habe ihn nacheinen gesehen, aber jetzt ist irgendwie uuiuiui oh, da vorne ist ein Heli warte mal, bleib mal Ja, ich bin knapp. Ja, warte, ist Autohaure drin. Ja, das fliegt. Jetzt. Ich muss ein anderes Neid zwischen uns alles. Hände uns auch. Okay, ja. Achte mal hier, guck mal, da ist auch ein Heli. Wo? Das ist einer von uns. Vor uns oder so was. Auf dem Radar, ich guck nur auf dem Radar. Vor uns, über uns, rechts von uns, keine Ahnung. Unter uns sehe ich keinen, ober uns auch nicht. Da vorne, da vorne. Gerade aus, Transport-Heli. Gerade aus. Sinn. Der ist unten, ja, aber der ist da unten. Warte mal, bleib mal kurz hier stehen, bleib mal kurz hier stehen. Fuck, ich komm so weit nicht runter. Muss ein bisschen zurück. Flieg ein bisschen zurück. Da kurz passt, ne? Ja, ja. Okay, wir stehen unter Beschuss. Ich flieh kurz ne Runde. Okay. Ja. Lass mal von... Warte, wir sind auf der... Wo ist denn der... Warte, ich muss mal kurz auf den Kader kommen. Okay, ja, wir könnten doch eigentlich... Achso, wir fliegen jetzt gerade wieder zurück, ne? Ja. Von der Seite, okay. Ich dachte, wir kommen jetzt Richtung... Äh, unsere andere Richtung her. Okay, wir stehen unter Schuss. Achtung, wir stehen unter. Okay, wir fliegen erst mal weg. Jo. Dann sagen wir wild. D pratico. Dann. Das wird sich nicht gut an. Wir gehen da. Der zieht nicht mehr hoch. Der zieht nicht mehr hoch. Wenn man nicht mehr anordnen muss. Wahrscheinlich. Bei eracht. Alle grünen. Grün gibt es nicht, aber es gut. Der hat alles im Grünbereich. ich ich finde die irgendwie und jetzt kann es scheiße macht es sowieso kacke egal ob er kommt er hat da ist er wieder ganz zurück der Garten er hat er er wird Prozent 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 Toro Auerbach das ist aber um die Scheiße ja es ist das ist eine Herausforderung. Die war eine Aufnahme überhaupt, das? Ja, ja, klar, mit Nightwish. Das stimmt, bei Bailing Point war es das Problem nur wegen, weil es kein Nightwish gab. Genau, deswegen. Boah, Breaking Point bei Nacht ist richtig schlimm. Ja. Nee, das war gar nicht Breaking Point, das war... Klar war das Breaking Point. Nee, nee, das war dieses Spiel, wo wir als letztes überleben. Weiß? Ach so, nee, nee, da haben wir ja Nightwish. Nee, Baito Royale nicht. Nicht? Nee. Du musst ja alles finden. Na, tatsache. Ja. Baito Royale kann man auch wieder verspielen. Ja, müsste ich mir aber jetzt wieder runterladen. Nein. Baito Royale kann man auch wieder verspielen. Die Idee von Schleck. Ja, ja, ich seh's auch grad. Lass uns mal vielleicht... ...hier in diese Reihe gehen, oder? Warte, ich muss erstmal... In welche Reihe? Mach ich grad. Hier oder vielleicht? Okay. TZZ. EDZ. Taktisches Ziel, ne? Nee, warte. Verdammt. Warum? Ja, wow. Oh Gott. Ja, wir... Bisschen falsch geschrieben. Hm. Okay, wir stehen nur so zu Ihnen vor. Nee, doch nicht. Aber wir stehen unter Beschuss. Joa, bin ich da. Ich hab... Ja, jetzt hat er gegen niemand. Toll. Ja, erstmal in das Haus da rein. Wollte er hin. Da vorne ist einer. Nee, ist einer von uns, okay. Was sind wir denn hier eigentlich? Achso, hinten beim Krankenhaus, ne? Nee. Aber fast. Derogebäude. Wow, guck dir da den... Absprung an! Sind die alle von uns? Ja. Ja. Scheiße. Okay, lass mir da raus. Weil das wärs ne Mega-Farm gewesen, Alter mit. Wo? Von wo? Von wo? Ja. Okay, lass mir da raus. Weiß es nicht. Ja, beim Bürogebäude in der Richtung. Okay. Da ist er, beim Bürogebäude. Bürogebäude. Achso. Alter, hab ich Schaden bekommen. Beschuss, Beschuss, Beschuss. Das war ne Granate. Ach, natürlich. Erstmal vor der Tür halten. Willst du mich verarschen? Ich treff ihn einfach gar nicht! Der liegt, wenn du bei mir guckst, direkt an ner Ecke. Bei diesem Bürogebäude. Bürogebäude, rechte Ecke vom Bürogebäude. An ner Ecke, genau, da liegt der. Den? Ab. War das der? Du hast gar keinen getötet bei mir. Doch, hab ich. Also ich hab nen Team-Assist bekommen. Ach, ich hab auch nen Team-Assist bekommen. WTF. Ja, der war halt genau gegenüber vom... Ich hab auf ihn geballert und geballert, aber sie... Beschuss auf mich, Beschuss auf mich! Ja, 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 jetzt ist ich dein Hippie! Von wo? Ich bin tot. Guck, guck beim Bü... Guck beim... Guck beim Bürogebäude. Dreck! Rechts an ner Ecke! Da liegt der! Rechts, rechts an der Ecke. Aber da wurde auf jeden Fall einen geschossen. Von lebens aus. Guck beim Bürogebäude. Oh Mann, du hast hier... Kuck beim Bürogebäude! Ehh... Ehh... Ich will mein Leben noch nicht abgeben! Ehh... Nicht! Hehh... weil ich es nur umlaufen gerade ist es nicht was du bist auch wenn du bist nicht